Maps. Eckweise wo Lukas wohnt. Das ist so, als würde ich das nicht wissen, ne? So, wo haben wir ein Hamburger Urgel. Acht. Da. Von da. Routencloner. Von hier. Noch. Das sind unsere Fotos. So. So. Mit dem Auto, ja es sind ungefähr 45 Kilometer. Also Lukas 45 Kilometer um den Dreh. Direkt 45, ja. 45,2. Sorry. Ja. Wie, bist du nicht mehr beim Ding? Dingsbooms. Wird die OneHouse bei uns danken. Du arbeitest bei Apple. Zeig uns mal ein paar Lattestationen für das iPhone ab. Und für die Airpods. Mach mir einen Deal. Steiger mir. Verschenk mir. Äh, verloten mir. Komm. Hahahaha. Wurdenlort, mein Gott. Und das ist alles. Ähm. Weil ich schreibe jetzt mal was rein. Wurdenlort, mein Gott, ich weiß. ja das geht die konzerne dran schreiben sieht man ob das so geht schnell war der lukas ich mache jetzt schnell mal was ne wurscht wird es wurscht heute spieldeutsche deutschland irgendwie schweiz was achsen du was tippst du ok seit 30 wer gewinnt der muss bei mir aber eine pizza zahlen die komplette pizza ich habe noch dieses dings hier nicht mehr lang dann kommt was gescheit daher lukas jetzt davon machen wir die pizza ja dann esse ich gerne als ich dann bitte bei mir in der arbeit wer gewinnt denn der musste zwar nicht zahlen der verlierer zahlt pizza plus getränk was hältst du davon ja das kann man ja kann man schnell machen das kette immer das kriege ich mal suchen aber das ist mir so ein denken so was haben wir jetzt eigentlich alles gut so jetzt haben wir das essen hier Das Gute Essen. Jetzt entscheiden wir mal. Wir haben noch eine Arena, oder? Ja, eine Arena und zwei. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. 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 Mh mh. 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 bringt mir bringt mir null einfach weiter Aquana ist nice, aber Wasser-Satz-Dinger will ich noch haben. Schauen wir mal die Attacken an, wir schauen nur die Attacken an. Oh, hilf. Maravidetti. Und das wird der letzte Tausch sein. Weil sonst wandert das Pokémon auf die restliche Box. Eva, was hast du denn gut? Eva, was hast du denn gut? Was war's? Haben wir schon. Ich werde jetzt nochmal getauscht, wenn wir den schon haben. Ich werde jetzt mal getauscht. Ich werde jetzt mal getauscht. Ich werde jetzt mal getauscht. Mhm. 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 Mh. Mhm. 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 So leid's mir tut. So leid's mir das jetzt wirklich tut. Aber. Mhm. Mhm. Ich bin echt gut. Jetzt kann man da ist auf der restlichen Peacebox. Das ist mir gut. Und damit gehen wir jetzt nochmal in einen kleinen Break rein, wo wir dann mit euch. in die zweite halbricht Just so I could find you, girl Cause darling, I've been lookin' for you I'm lookin' for you Let's get it now 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 So, da sind wir jetzt wieder da. Im Staate Dänemark. So, und wir machen jetzt das so, ich habe jetzt beschlossen, ich werde nicht das Ding als erstes machen, sondern ich werde als erstes mir diesen drei letzten Orten holen. Weil dann können wir ein bisschen cheaten. Dann heißt es kleinen Cheat machen. So, da runde Hüpf, Hilfe der Bipf. Na, ja, reingehen kann ich, aber ich darf noch nicht. Ach, Namila, das letzte Arena, ja, komm. Gut, der ist vorne. Jetzt schauen wir mal, ob man die hinkriegen. Ich hoffe es. Ich bete zu Gott. Ich bete nach unten, dass wir das hinkriegen. So, wo ist denn? Ja, mein Tickfinity will schon wieder nicht. Mach mal so ein Tickfinity zu, Tickfinity auf. Ja, das ist jetzt nicht erreichbar. Ja, jetzt. Connecting. Ich denke, Tickfinity ist wieder am Schüssel. Auf geht's. Gehen wir mal. So. So. Passt. Ja, gibt's ja keine Tickfinity. So. Schauen wir mal, ob wir das Geherdi hinkriegen. Die Grusche. Was hat? Nö, das Teil von der hat was. So, wir sind bei 2,1k Likes. Respekt. So. Ich bin bereit. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen diesmal. Ja. Die ersten Pokémon sind easy. So, Feuerschlag. Die hebe ich mir auf den Schluss auf. Feuerschlag. Bam. One Hit. Sibarov. Der hat uns immer so getriggert. Sibarov. Boah. Ha. Wir sind zwei Level drüber, bitch. Game over. One Hit und du. Ciao, ciao. Und jetzt kommt's wieder an der Finale, oder? Yo. Yo. Ich glaub, das wär nicht das Sibarov. Sir, oder? Nein. Es kommt noch einer. Aber der kriegt jetzt einen Feuerschlag. So, wenn wir überhaupt. One Hit. Ah, doch kein One Hit. Aqua-Durchstoß. Uuuuuh. Und dann Baller im Flammenblitz. Ah, Rückstoß. Aqua-Durchstoß. Ja. Ach. 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 Ich glaub, ich mach diesen Bitch-Move. Ich mach diesen Bitch-Move. Leute, ich mach ihn. Erstmal die Drachenrute ballern. Eiskreisel. Der zieht. Hälfte KP weg. Drachenrute. Tschüss. Altaria. Das ist ein Flug. Das ist ein Flugdrache. In Normalzustand. Aber. I go this way und opfern. Das ist das einzige was wir jetzt machen können. Opfern. Aber wie gesagt, er ist lockt. Lockt. Eigentlich ja nicht, aber wir haben es in der letzten Arena gemacht, dass er nicht lockt ist, weil sonst hätte man nie ein Pokémon verloren. dann wäre es einfach zu einfach. Drum ist der jetzt gelockt. Unser ähm. Unser ähm. Klingtgewalt ballert. Tschüss. Unser ähm. Ok. Es ist mir jetzt zu creepy, dass wir sagen, okay. Typ 1. Ach komm, wir müssen's. weil jetzt wird wenn jetzt wie es kommt darauf an wie für dass der jetzt hängt orkan verfehlt gut wir werden jetzt auch keine keinen ding einsetzen keine kristallisierung weil die kristallisierung hebe ich mir auf wenn wir brauchen sollten was ich jetzt sehr stark bezweifelt unser feuer guru aber die verwirrung das ist scheiße aber die stimme geht durch wir haben es zum drittel haben wir noch jawohl verfehlt verwirrung ballad verwirrung ballad wir stehen immer noch aber jetzt verfehlt wieder ja fehlt wenn wir jetzt nicht mehr verwirrt bombe ja gut aber der ist weg jetzt brauchen wir auch nicht mehr die terra kristallisierung weil jetzt ist mit one hit wer kriegt den letzten zug er kriegt ihn unser schmetterling wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen unser schmetti er kriegt den letzten atemzug und wir haben ja ich eigentlich sind die pokémon lockt ich werde jetzt sagen ich will hier schon zu klein hat unser wasserfliege wird kleiner gemacht das heißt ich bin hinter der kamera ja ich muss jetzt mich mal schnell ins bild setzen so er wird dann auch umgehen so ich gehe jetzt wieder runter ja ich habe es gesagt er wird der geht da hoch so die werden dann als beim nächsten live stream oder video sind die zwei hier auch mein eis ist geschmolzen so und wer kommt ins team jetzt du schaust dich ausruhen mein schatz ja dann im krepost da bayerisch voll im schlaf das seid ihr heute gegönnt entscheidet man mal wer ins team kommt es muss ein wasser pokémon sein wir cheaten so das heißt eigentlich war wir nicht geschafft ja das heißt dass du sehr richtig du hast nur ein eier besser haben das heißt erlaubnis pokémon hier zu versuchen genau das heißt wir sehen uns da oben gleich wenn wir alle ja das heißt eigentlich ich will es jetzt nicht verschweinen aber wir haben unser wasser pokémon wir haben das wasser pokémon das wo wir ins team holen ich will jetzt mal testen ob es geht eigentlich müsste ich ja zwei auf die bank hocken aber nein oder wir haben sie okay erstmal bewegen tschüssi dann tschüssi komm ihr sei jetzt beide draufgegangen der anderen haben wir wiederbelebt das war der kleine t aber ihr seid beide jetzt komplett am ende des kampfes tot gewesen grandierers so das wollte ich jetzt nicht grandierers muss auch noch rüber sorry und dann wenn es geht jetzt haben wir darüber und dann haben wir darüber so das ist der tipp und testen es mal ich will jetzt erst mal testen weil ob das funft oder nicht ob die mir jetzt gehorchen oder nicht dann kommen die gleich ganz oben hin bin ja schlau jetzt irgendwelche richtung müssen wo müssen wir genau hin wo ist der fotzenhuber da müssen wir hin let's go aber erstmal hier hin pokémon sind in der nähe haben so aber vorher da erstmal testen davor tue ich sie noch nicht ins team es könnte es bloß glück gewesen sein aber ich glaube nicht dass es nur glück war ich probiere es noch mal aber ich glaube wir haben die level 100 freigeschalten ja also es heißt die zwei sind im team so die zwei sind im team so einmal in der woge in der woge wenn der woge in der woge Bild hinzufügen, Windeburger. Da ist sie ja. Kann ich. Kann ich auf die Switch auch machen. Kannst du auf das Switch auch? Kannst du auf die Switch. Kannst du auf die Switch kommen? Kannst du auf die Switch kommen? So. 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 Ich bin ganz fertig. Aua. So. So, so. S questo. No 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 then no 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 no, Mi piacchino, dovreste... jetzt Geht doch Ja schätze ich bin nebenbei Mario Kart So und dann heisst es Wie heisst der Underghost? Wie heißt unser Ghostie? Zwierfenst Zwier Auf A Zwierfenst Shiny Natürlich ein Shiny So Dann nehmen wir das normale Wahrscheinlich haben wir jetzt nicht Das ist ja wurscht Das Bild muss ich ja dann bearbeiten So zack Ja das ist süß Wenn ich dir jetzt mein Speicherstand alles rüberschicke Dann Guten Morgen So 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 Dann haben wir das Dann Gehen wir jetzt ab Leider können wir nur nicht fliegen Fliegen So Flucht Tschüssikowski Ich glaube da haben wir das Pokemon Center Ja 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 Hehehehe Das ist nicht das Pokemon Center was wir wollten Das ist nicht das Pokemon Center was wir wollten Aber ich meine das ist ein Pokemon Center, ne? Aber ich meine das ist ein Pokemon Center, ne? So Ne 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 Einig Eigentlich sind die anderen Tiermitglieder jetzt nur noch irrelevant Wand. Oh, hi. Leider kannst du noch nicht fliegen, aber da haben wir schon. So, ich habe mich voll schnell in der Schrauben und Schatz gezockt. Muss ich dann, Schatz, eben mal Rekord fertig machen. So, Luft. All die anderen kriegen genug Training. So, Silo hat angekommen. Ja, wir haben auch nicht die Items von dem Trainer, äh, von dem Typ hier eingesammelt. Wir werden auch nicht die Ligis in der zweiten DLC holen. Wo ist jetzt der Eingang von denen? Ey, dein zweites Rennen. Ja. Ja, dann mach halt nur noch mal wieder. Ja. Ich finde, beide würden wünschen oder nicht? Geht's doch nicht wieder machen oder nicht? Ja. Hast keine Zeit, bist auch weg. Mario im Hintergrund, ja, ja. Denn mein Schatz, der zockt jetzt ein bisschen Mario Kart. Ja, hallo darf ich auch, ich kann daheim, also. Ja. Und... Deswegen die zockt die Mario Kart. Auf der Switch. Ja, wir haben zwei Switches da. Ja. Ich werde mich dann mit dazu geseilen. Nach dem Stream. Weil... Hey, weg, du Scheiß-Puller. Ja, genau, warum kappt ihr aber mich, Alter? Wann soll denn das? Feier's. Kappt's doch dann, kann man immer noch mal. Ja. Ja. Und das haben wir sowas. Ein bisschen gut. Es ist sowas mal so. Pokémon wird jetzt halt einfach... One-Hits. Oh. Ein bisschen schmied. Ja, echt. Wer ist denn das im Hintergrund? Ja, das ist meine Frau. Die ist... Am zocken. Ja. Die zockt selber, nehme ich dann auf Mario Kart. Okay, okay. Wie hat er gehabt, wird sie berufen. Ach, Gott. Frau. Frau? Ja. Heißt meine Frau, die zockt. Ja. Heißt meine Frau, die zockt. Ich hätte schon wieder gestorben. Warum hätte er jetzt schon wieder geschmieden. Ach so, ja. Ach so, ja. 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 Ich sehe auch live, aber. So, jetzt sitzen wir jetzt mal schnell auf dem Kopf. Drei. Drei. Ich bin sie weit. Vier. Umruhen muss. Hi. Ich bin gerne auf dem Kopf. Ich schaue gerne von oben zu. Ich schaue jetzt gerne von oben zu. So. Jetzt haben wir's. Schmeiß weg. Jetzt haben wir ein bisschen die Kamera. Trotzig fest wird er deppig. Na, wenn er auf mich erscheint. Ja genau. Vielleicht brauchen wir eine Frau. Ja, wenn sich Frau aufregt. So. So. Wollt ihr mich verarschen. Lass mich jetzt ganz erfreuen. So. dass das nicht eh One hit getankt hat. Wollt ihr mich jetzt verarschen. das ist nicht normal seit wann wir zusammen sind wir sind aber jetzt Zeit dann machen wir mal zusammen was willst du spielen? weiss ich nicht, ich warte was ich will Mario Party hä? na wo sind wir dann mal mit dem Mario Party Zeit ja, wie hast du denn? das ist doch dritter, was hast du denn? das ist doch dritter, Schatz wir ficken jedes Mal nicht die Idioten ja ist klar was ist jetzt doch Sprengung wen sonst, wen sonst Mario Deluxe Beste wir haben jetzt Mario Kart Deluxe Mario Kart 8 Deluxe haben wir ja dort ja ja klar so jetzt muss ich auch erst einmal bei dem Hubi G den nach vorn und dem andere Attacken geben weil noch Nebel, der wohl nichts bringt bäh hat keinen Sinn Ein alter Teil bitte erinnern Wir haben noch nicht davor zusammen gewohnt, aber wir sind jetzt zusammengezogen. Schleuderdurchbruch Eichweb Finster oder? Ach er ist ein Sputball, er ist ein Affspitz, ein Phantom. Warum muss diese Attacke nicht drin? Schutzschild, raus mit dir. Tschüss. Und andere schauen wir mal ob wir noch eine haben. Finster Faust Schattenstoß. Finster Faust. Ausweichen unmöglich. Leitteiler addiert KP von Anwendern im Ziel und teilt sie gerecht auf. Vergiss es, Alter. Ich habe Level 100. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt gerade noch diese 2 durch. Und die 2. Star-Sachen ziehen wir jetzt durch. Und dann... Nein, der Körpers. Nein, der Körpers. Und... Die 2. Die 3. Die 3. Die 3. Die 4. Die 4. Oh. Hallo? Oh, der Bicci ist schon süß. Baby Bitch. Ich bin doch gerade alt. Aber es ist langweilig. Ja, warte halt bis ich jetzt fertig bin. Mein Schatz. Geduld ist eine Tugend. Was musst du lernen? Lokal spielst du gegen mich? Lokal spiel keine Ahnung, hab ich noch nie probiert. Ich glaube das geht mit zwei Konsolen oder so, keine Ahnung. Wir machen jetzt den noch und dann noch den zweiten und letzten Teamstar. Ja, da kannst du ja nie. Keine Ahnung. Machen wir jetzt noch die zwei Teamstars. Was? Dann Heißt Ähm Feierabend für heute. Und Wer ist natürlich wieder nicht mit dem Stream. So. 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 Was ist das nicht. So. 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 Gut, weg, raus mit den Fischen. Okay, jetzt schaue ich jetzt mehr ein Fight-Tilf. So ist das Kosti. Knuddel auf. So. So, was machen wir denn jetzt mit den Fenstern raus? Aaaaaaah! So hat das keine Wirkung! Wenn das keine Wirkung hat, dann muss er raus. So, was das stimmt, dann muss er nicht? Ich habe hier einen Kumpf. Ich habe hier einen Kumpf. Was ist das? Ich bin der Papke. Ich bin der noch seltsam. und 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 Soll es ja auch live gehen, nee, kann nicht live gehen Die kann leider nicht live gehen Ich weiß nicht, ob die Tiktok hat Die hat leider kein Tiktok-Einsatz Nee, die hat kein Tiktok Na, nicht jeder, nicht immer mehr warm hat Ja, also von dem her Vielleicht wird es mal, wenn ich in Twitch live bin, dabei sein Wer weiß Entscheiden wir mal spontan Nichts Na, ich weiß nicht, wie ich ganz gut Das habe ich nicht Ich glaube, ich habe mir das Ich habe mir gedacht, dass er das Jetzt geht es zum letzten Team Star und da heißt es reinklatzen, ist aber genauso schnell erledigt. Weil dann haben wir den 3 Stunden Stream mit am Ende Mario Kart im Hintergrund. Schauen wir mal ob es noch mit drin ist im Video dann auf Youtube oder ob es am Ende nicht mit drin ist. Das sehen wir ja dann. Da ist die neue Strecke, ich bin hier noch nie gefahren. Ich bin gerade von meiner Frau selber auch gelenkt mit der neue Strecke. Ah na doch bin ich schon gefahren. Und jetzt kommt wieder der Cosima. Oh. 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 Okay, dann fliehen wir halt erstmal dahin und dann fliehen wir weiter nach dem Bubu. So, jetzt markieren wir uns das schöne Ding. Ja, müssen wir nicht. Wo möchte man da bitte hin? Ich möchte da hin. Okay, da ist mein Dorf hin. Okay. So. Hallo Natalie. So, gut dann ab nach oben. Hallo, hey du kannst klettern also. Tun wir was und klettern da hoch. Jalla jalla jalla. So. Das ist ein Pokemon. So. Ich sehe schon das Pokemon Center. So. So. Sind gleich auf sie. So. Lassen wir ins Pokemon Center. Ne, da wollte ich zu dem Typen wirklich nicht. So. 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 Einmal schnell heilen. Und dass wir ein Pokemon Center haben. Und. Dann geht es jetzt weiter. Dann gehöre. Zu. Teams. Brrrrrrrrrr. Und er ist sich zum 5. und letzten. Versteck. Ihr Label ist auch. Ja. So. Was warst du fest? Jetzt gucken wir ob das Hunde drauf ist. Welche Hunde? Unser? Ja. Unser Hunde. So. Machen wir jetzt noch vor dem letzten Ding. Einen kleinen Break. Ja. Wir sehen uns gleich aber nach dem Break wieder. Ja. Und jetzt noch vor dem letzten Ding. Einen kleinen Break rein. Ich brauche noch was zuvor. Ich brauche noch was zuvor. Ik bin fast seit ich bin. Jetzt brauche noch was zuvor. Ich bin fast jetzt. Ich bin fast aus. Ich bin fast. segundo REPORTgerät. Ja. Einen kleinen Break. Das war schweizend. Das war schweizend. Ich bin fast. Nein. Nur jetzt. Ich bin fast. Das war schweizend. Ich bin fast. Alles in Ordnung. Ich bin fast.